Erster B&B vom Wickelhof aus der ehemaligen DCM. Jetzt kommen sie durch. Dann kommt der Wolfgang und alle Eltern natürlich jetzt hier die andere. Und sie sehen, ja, ach so, dann darf nicht starten. Dann halten wir doch mit dem DCM doch aus. Erste fünf Minuten. Bitte mal fernlösen, aufreißen, noch nicht starten mit dem DCM-Fahrzeugen. Das ist ein Stoppestorne, das ist jetzt hier auf 3,5 Minuten. Und hier ist auch noch von Roberto Dallau hier. Ich bin leider nicht, ich würde hier nochmal aufhalten, die Strecke ist nach Deutschland. Bitte, mal das einigen, die wollen. Und Maxi, DCM-Archus, dann der berühmte Ferrari, Ferdinetta, Rossa, der ja von 3,8 in die Strecke ist, einmal vom Werk, dann vom Start, Koppi in Wannheit und... Koppi in Wannheit und Wannheit und Wannheit.